Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei... Wir bekämpfen Reis, Dying Light. Äh, ja. Okay, Kanalisation betreten? Reis hat eine Abmachung mit dem GRE getroffen und ist kurz davor mit Dr. Zeres Forschungsdaten aus Haran zu entkommen. Auch wenn er in seinem Wahnsinn sicherlich damit rechnet. Ich muss ihn um jeden Preis aufhalten. Das kennen wir schon. Okay, gut, weiter. Äh, Moment, waren hier nicht die Kinder stationiert? Wir sind den Kindern etwas... Ne, es war nicht hier. Glück für Mr. Reis. Äh, ja. Oh, Moment, was... Okay. Gibt es hier sonst irgendetwas Interessantes? Die Nacht bricht dann. Das ist mir eigentlich egal. Wir wollen Reis und den werden wir... Krie... Kriegen? Ah. Ähm. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind, aber... Okay, wenn das sein muss. Ah, wir sind hier bei den Kanalraten, die uns verraten haben, oder? Oder wir kommen da raus? Äh. Irgendetwas so in der Art war's. Gut. Und jetzt zu euch da oben. Hallo. Und der nächste Bette. So. Na, Spaß. Habt ihr Spaß, ihr kleinen abgeprackten Vollidioten? Ich bin der größte Kämpfer. Mit meinen Schwerten mache ich euch alle, Alter. Wut? Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Okay, kurz Moment. Wut. Gut. Beide erledigt. Oh. Für uns ist jemand... Hm. Von mir aus. Ich scheue keine Kämpfer. Ja, seid mir gleich gewachsen. Gut wieder. Äh, vielleicht sollte ich... ...drüber nachdenken, mich schnell zu heilen. Wo? Wo war das? Gut. Denn wenn ich sie alle getötet habe und... ...eih, levelend aufsteige... ...dann... ...kann ich unendlich lang... ...home battle. Der macht mir Schaden. So. Hm. Gut, ich glaube, wir haben jeden hier besiegt. Der uns auch nur irgendwie... ...in ansatzweise gefährlich hätte sein können. Wo geht's weiter nach oben? Ja, wir sind da. Oh, und was war da? Ah. Ja, es war unser Endehaken. Hm. Okay, weiter geht's nicht. Okay. Die kann ich jetzt... ...wissentlich schneller töten. Okay, vielleicht sollte ich es nicht übertreiben mit ihm. ...häh- ...wissentlich... ...kurz... ...rätten... ...ein... ...au! ... ... gut perfekt wir wurden gerade geschnetzelt okay wir kommen da raus okay vielleicht sollte ich nicht hier durch die gegend rumlaufen und alles und jeden alarmieren dass ich hier bin das wäre vielleicht eine gute idee eine andere gute idee wäre es da überhaupt rüber wir haben hier eine unsichtbare wand verdammt okay verdammt gut wir können nicht einfach darüber klettern aus dem kunden schlachten wir den jahr gegen einer von denen kämpfen getötet getötet ich meine na klar das war ja so klar die sind nur noch nur noch abfall gegen wieder unseren guten perfekten gehen oder so nein 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 verdammt auch auch fuck okay und wieder haben wir tonnenweise EPs verloren und wir haben meine was machen wir wieder hier wo sind wir sind wir weitergekommen irgendetwas hat uns getroffen ich glaube wir sind hier wieder falsch ich weiß bloß minus wo wir sind denn vorhin waren wir auch hier so gut hier müssen wir lang dann hier drüben und dann hier hoch warum wir wieder da unten gelandet sind so am besten einfach weitermachen gut das sind wir und weiter geht's ich liebe den hinterhaken das problem ist die nacht ja verdammt gut die hätten wir jetzt besiegt jetzt ist die frage noch wie kommen wir weiter okay yeah aha verdammt okay Schrottflinte wo ist der große Pässer hier komm schon weg mit dir na komm ähm das ist vielleicht keine gute idee ah okay wenn wir die killen kriegen wir der Ritter okay gut das problem ist die nacht okay ich glaube es einfach nicht verdammt sind wir so schlecht jetzt ist da eine Tür offen okay dann bin wir gekillt und jetzt zu dir gut der lebt noch so jetzt nicht mehr gut wir haben die scheiß Statue hier gefunden wir schauen noch was wir hier drin haben perfekt einfach öffnen reinschauen und was haben wir irgendwelchen Schrott okay und schlafen können wir hier auch nicht da drüben so so wer oder warte was hat was hat was hat mich getroffen ja ja okay 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 gut auch die sind tot ich sehe hier ich sehe hier keiner der mich stören könnte und jetzt gut wir haben das aufgemacht gut und weiter geht's okay da geht's noch weiter nö kein Interesse wir gehen da lang auch Verdammt! Gut und weiter. Okay, wo? Ah! Ehrlich gesagt, gar nichts mehr, okay? Gut. Nachladen... Oh, wir sind da. Heiß... Raiz hat eine Abmachung mit dem GRE getroffen und ist kurz davor mit Dr. Zeres Forschungsdaten... Wir sollen zurück in die Slums? Wir hätten einen viel schnelleren Weg machen können. Da drüben ist einer von den Schattenjäger. Okay, und weiter geht's. So, nachts gesehen, wir haben nachts gesehen. Einfach weiter. Hallo und... Oh la... Langsam kann das echt übel werden. Okay, wie kommen wir da hoch? Äh... Okay, einfach weiter. Einfach weiter. Und... Ciao. Au. Hehehehehe... Kann man da überhaupt hoch? Spür da hier... Ja, und zwar von hier. Und um da hinzukommen... Okay, das ist eine gute Abkürzung. Verdammt. Okay, kurz nachladen und dann... Gut, wo ist der nächste? Ah, da ist er ja auch schon. Die mit der Kruste. Verdammt. Okay, fuck. Hab drei davon gekillt, aber... Leider kein Erfolg. Dafür sind wir hier in der Nähe. Sehr gut. Gut. Ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Vielen Dank.